Es ist also jetzt, kann man auch so ein Haus bewohnen. Die ist eben die Navarro-Wendlinghausen-KG, eine Bürger-Biogasanlage, die wir hier betreiben. Und ich bin zuständig für die gesamten Rohwaren, also alle Rohwaren, die reinkommen und alle E-Reste-Rohwaren, die rauskommen. Wir haben der Betrieb der Anlage und deshalb... Wieso müssen wir jetzt hier Wind machen? Die Müppel nutzt da, ne? Ja! Dann ist Windbewerverververver piertheit. Wieso independence? uran imperium ne negativa, ihr Zuhause erschienen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020